Hallo zusammen, willkommen zum kleinen Infovideo und wie ihr jetzt wahrscheinlich auch an meiner Stimme hört, ist der Ton jetzt wesentlich besser. Er hat durch das Windows Update, hat er mir mein Mikro rausgehauen, dann hatte ich noch Probleme mit meinen USB-Ports. Also die letzten Tage waren hier echt der Hammer, was das System angeht. Ich war ja richtig am abkotzen. Aber mein Ton oder meine Stimme sollte jetzt wieder besser erträglich sein oder besser verständlich. Das Problem ist, ich habe natürlich schon aufgenommen bis einschließlich Freitag. Da müsst ihr noch mit den etwas metallisch klingenden Tonen leben. Aber ich denke, das schafft ihr und so ganz grauslich ist es nicht. Es hört sich halt eher an, als ob ich in den Videos reiser bin oder so, eher da erkältet. Nee, ist alles gut. Alles gut. Okay, das als kleine Info für euch. Haut rein!